moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen neuen bug beziehungsweise glitch auf der karte split mit killjoy zeigen leute doch bevor ich anfange möchte ich euch darauf aufmerksam machen dass über 92 prozent der zuschauern noch kein abo gelassen haben ich würde mich auf jeden fall über jeden abo freuen falls euch das video gefällt leute und zwar kommen wir nun zum video auf jeden fall müsst ihr bei der karte split auf heaven gehen dann seht ihr die briefkästen leute ihr fokussiert euch auf die mittlere linie ihr zählt dahin quasi stellt euch so davor und dann könnt ihr euer geschütz nehmen und entlang dieser linie dann halt überall euer geschütz platzieren und zwar dreht das am besten um dann spielt mit der maus so ein bisschen nach links rechts unten und sobald euer geschütz verschwindet könnt ihr es dann platzieren leute ich zeige euch das mal jetzt so das geschütz ist weg leute das heißt es ist unter der map jetzt müsst ihr nur noch platzieren so es ist unter der karte leute die gegner können den können das geschütz nicht kaputt machen und es deckt hier den ganzen bereich ab ich schieße halt alle gegner hier ab hier in der mitte und ich glaube bei der b lobby auch so das war es dann auch schon mit dem video leute falls euch dieses video gefallen hat dann schreibt mir die kommentare lasst ein like da und für all die 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 noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten mal